Ja, gegen Lähen gibt es ja keine Chance für die Verfolgung. Wahrscheinlich, nur wenn ich einen Umweg ins Landtück vorher und was das vielleicht ist, und danach kriegst du beschlossen an. Ja, ich habe ihn nicht nur noch. Ja, ich habe ihn nicht nur noch. Sehr gut. Der Packard von Michael Platscher. Wenn er nicht eine Packard wäre, dann könnt ihr jetzt gleich bei euch noch Applaus loswerden. Ja, ich habe ihn nicht geschenkt. Wir werden jetzt auch mal machen, wenn die Fahrzeuge zu uns mit dem Job ist. Ja, du bist der. Herr Jürgen erzählt euch schnell ein bisschen über das Fahrzeug. Und ich möchte sie präsentieren. Ich habe noch eine Ergunst von euch an. Das ist schön. Okay. Der Rohrling bringt uns zu den Zehnern. Das wunderbare Tönchen von der Arnzylinder, das ist ja schon fast ein Säusser-Grosal. Zwei Plätze, du bist in Großstelle, zwei, drei Plätze und du kannst es auch schon noch auf der Schöpfung gehen. Flying Corsi ist oben, noch nicht mehr. Ja! Ein grosser Applaus für der Flying Corsi. Wir würden euch gleich steigen, wenn ihr euch verletzt ist. Er ist ein Schöpfung. Yeah! Yeah! Flying Corsi! Uff! 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 Musik 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 Ich habe ja auch noch wieder passiert. Ich habe ja auch noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020